Grüß dich, mein Name ist Carolin Vogel. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Atem- und Traumatherapie. Im Hier und Jetzt-Sein einen Moment innehalten. Schau mal, was da in dir passiert. Vielleicht sind da Gedanken, Erinnerungen. Vielleicht gehst du in die Vergangenheit oder wanderst mit der Aufmerksamkeit in die Zukunft. Hier und Jetzt. Aufmerksam sein. Zur Ruhe kommen. Und nicht immer ist Leben im Hier und Jetzt Ruhe. Genau damit sein, was jetzt gerade ist. Was machen wir da eigentlich? Immer wieder zurückgehen, anknüpfen an alte Geschichten, die Vergangenheit wieder und wieder rekapitulieren, immer wieder Erinnerungen wälzen und bewegen. Was gibt dir das? Erfüllt dich das? Ändert das dein Leben in diesem Moment? Wenn du im Hier und Jetzt bist, spielen ganz viele Dinge keine Rolle. Es ist egal, was du gestern gegessen hast. Es ist nicht wichtig, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Es spielt keine Rolle, wie viel Uhr es ist. Und es ist vollkommen einerlei, wo du gerade bist. Denn du bist einfach da. Genau in diesem Moment. Aber oft fällt uns das so schwer. Und die Gedanken rasen in die Zukunft. Ich muss doch noch. Ich hätte doch. Ich habe doch nachher. Das und das muss ich tun. Das und das muss ich tun. Habe ich zu tun. Sollte ich machen. Ist zu erledigen. Und sonstiges. Diese Gedanken lenken uns immer wieder von dem Moment ab. Davon, im Hier und Jetzt zu sein und das Leben genau in diesem Moment wahrzunehmen. Der Atem kann dir helfen, ins Hier und Jetzt zu kommen. Die Wahrnehmung in deinem Körper, Kontakt zu dir aufzunehmen, zu spüren, was ist da jetzt gerade. Und wenn du dich diesem Spüren mal einige Atemzüge hinnimmst, vielleicht nimmst du wahr, das verändert sich unglaublich schnell. Die Wahrnehmung rast an dir vorbei. Und jeden Moment gibt es etwas Neues zu entdecken. Etwas Neues wahrzunehmen. Etwas Neues zu spüren. Weil in dem Moment, wo du das spürst, ist der vorige Moment schon vorbei. Im Hier und Jetzt sein. Da findet unser Leben statt. Die Vergangenheit hält uns fest. Und immer wieder ist es so, dass die Zukunft uns einengt. und eigentlich ist es deine Entscheidung, wo du dich bewegst, wo du dich aufhältst, in welchen Etappen du deine Gedanken schweifen lässt oder ob es dir gelingt, mehr und mehr im Moment anzukommen. der Moment, der jetzt ist. Ich danke dir, Caroline Vogel Ich danke dir, wie ich das mache, wie ich es算 Untertitelung des ZDF, 2020